ja hallo hier wieder euer tosen mit let's play skalim die unendliche und wir sind hier wieder in der kascheme und haben einen voll im tee so dass die hälfte reicht aber das ist nur ein kurzes in between video um euch eine frage zu stellen wir haben da die ganze zeit das problem mit den rüstungen dieses hin und her schalten man kann nämlich auf man kann nämlich fünf zauber schulen nicht auf zwei rüstungen aufteilen so dass sie 100 prozent haben das ist das erste problem weil ich will unbedingt von einer also von allen schulen etwas haben zwar von der einen wie sie da heißt ich bin mir nicht sicher schauen wir gleich mal nach magie und da gibt es die veränderung genau da hätte ich gern nämlich einen zauber der heißt massenlähmung ja dann gibt es dann noch das problem mit den rüstungen die schauen alle irgendwie aus ich hasse diese helme unsere dosita schaut ja nicht schlecht aus mit den geflochtenen haaren deswegen habe ich den helden weg jetzt einmal weggelassen und mir eine rüstung gecheatet da gibt es den glitch nämlich beim braun von tränken ja jetzt habe ich da eine rüstung ich zeige es euch gleich einmal wir haben da eine smaragdkette mit pro x 1000 prozent obwohl ich darauf hingearbeitet habe dass ich nur 400 prozent habe von beschwörungszaubern das würde reichen weil wir können maximal 25 oder eben 27 oder 29 prozent ich weiß nicht genau wie das war erreichen und wo ich das problem habe gesundheit regenerieren wie sich das auswirkt egal wir haben da den kopf schmuck der hat überhaupt nichts kommt er cool und da haben wir veränderung sauber und illusion sauber macht keinen unterschied ab 100 prozent brauchen wir keine magiker und genauso zerstörung und wieder herstellung dieses ganze hin und her schalten zwischen den rüstungen und so weiter ist echt nervig finde ich finde ich mittlerweile mittlerweile und ich bin ein xbox user und kann die ganzen coolen patches und ja mods nicht drauf spielen die die anderen haben auf dem pc extrem nice wäre eine coole rüstung und ja eben ein wenig bessere optik aber hier meine frage ist es okay wenn ich mit dieser rüstung weiter gehen bis auf die den effekt dieser gesundheit regenerieren das kann ich weglassen da mache ich eine andere kette dafür eventuell und bekleidung ihr seht ja rüstwert ist ohne helmen bei 1058 das habe ich so hingetrimmt dass es passt auch ohne helmen aber ja wie gesagt wenn ihr was dagegen habt dann spiele ich mit den anderen rüstungen weiter müssen wir uns permanent umziehen wenn es um gewisse zauber geht und so weiter und so fort und was noch wichtig ist dafür habe ich verzichtet auf gewissen schaden bei unseren ja waffen wir hatten da 280 ungefähr jetzt sind wir bei 100 weniger und ja ihr seht das ja dafür habe ich einen bogen dabei ja aber ja genau so ist es die frage ist habt ihr was dagegen wenn ich so weiter gehen ich werde das spiel mit dieser rüstung jetzt weiter gehen wir hier einfach so und wenn ihr wollt dass wir mit den normalen rüstungen auf der xbox weiter gehen also immer umziehen wenn wir was haben wollen dann müsst ihr mir das einfach sagen ja ich habe da jetzt ich schaue gleich mal rein wir sind mittlerweile stufe 75 habt ihr gesehen ähm zaubertränke habe ich die da überhaupt noch im elementar sonstige schlüssel gar nichts mehr zaubertränke müssen da sein eigentlich schauen wir kurz zurück meine zaubertruhe ja die ist extrem cool da ist schon alles tausendfach vorhanden weil ich so viel schmiedekunst verstärken seht ihr ja 538 prozent das geht sich nämlich genauer aus damit ich auch ohne helm so einen rüstbär zusammen bekomme und das wäre der normale mit 113 prozent und verzauberung verstärken 28 prozent ja und so habe ich ich weiß nicht wie ich jetzt auf diesen wert gekommen bin aber ich habe es mal gemacht und ja kommt cool der der prozentsatz 2048 klingt irgendwie nach pizze und peiz okay ja meine frage wollt ihr oder ist es okay für euch dass ich so weiter gehen ansonsten machen wir es wie gehabt mit den anderen rüstungen aber da wir jetzt ja auf dem weg sind zu schleichen und ich möchte ja auch lähmen und ich möchte ja auch harmonie oder irgend so was gibt es so einen zauberspruch dass die jungs nicht immer gleich angreifen einsetzen da werden wir dann wahrscheinlich alle fünf zauber schulen brauchen nun gut meine frage an euch ja mit dieser rüstung oder mit den alten die wir da schon hatten ok schreibt in die kommentaren unten rein und wir gehen jetzt da weiter leveln genau leveln wo sind wir hier zerstörung sind wir noch nicht weiter deswegen sind wir allein unterwegs wieder herstellung haben wir fast alles und schloss knacken brauchen wir noch im meisterschloss da haben wir immer niedriger gesucht und das werden wir dann auch noch machen und schießkunst einhändig zweihändig ja das alles fehlt uns ja aber egal das machen wir beim nächsten video sind wir auf dem weg und das mache ich mit dieser rüstung noch in die akademie der winterfeste und da schauen wir dass wir ein paar meister zauber bekommen eben diese spells die ich haben möchte illusion veränderung und eventuell zerstörung und das war es dann auch schon also leute wenn ihr was dagegen habt dann machen wir mit alten weiter ich gebe jetzt mal die nächsten paar witz mit dieser haut rein die kommentare sagt ja oder nein ja zum weitermachen mit dieser die ich jetzt da angelegt habe und nein wir sollen da mit den alten rüstungen weiter machen okidoki euer toso bis gleich wünsche euch noch einen schönen abend du seht ihr natürlich auch tschau